Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons, zweiter Tag. Selbe Zeit wie gestern, 16.30 Uhr. Und es sind immer noch acht Leute online, aber ich glaube, die spielen nicht alle Animal Crossing. Nee, genau hier, der Mistwalker spielt tatsächlich Splatoon 2. So, gestern haben wir ja quasi nur das Tutorial gemacht. Ich habe mir das auch nochmal bei anderen Leuten angeguckt. Und ganz offensichtlich sind die Anfangsbewohner alle dieselben. Also ich habe es bei drei anderen Leuten geguckt. Die haben alle dasselbe mehr oder weniger gesagt, halt mit so Gänseblümchen und sowas. Und die waren mehr oder weniger alle gleich drauf. Finde ich ein bisschen schade, dass die ersten Bewohner anscheinend bei jedem gleich sind. Aber so ist das nun mal. Ich hatte gestern eigentlich noch richtig krass Bock auf Animal Crossing. Oh, dazu eine Ansprache. Am zweiten Tag gleich. Aber es war dann schon so spät, dass ich leider nichts mehr aufnehmen konnte. Oh, hallo mit deinem. Ach, du liebe Güte, tut mir leid. Puh, das war laut. Also, hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was sich auf unserer kleinen Insel gerade so tut. Okay? Cool. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind. Also Ohren auf. Ja, ja. Und zu Beginn starten wir gleich mit einer großartigen Ankündigung. Der Flughafen von Dizzy Mania ist eröffnet. Die Dodo-Air leider. Ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder eine lokale Verbindung zu besuchen. Und das ist noch nicht alles. Der Flugschalter dient außerdem als Postamt. Und wie auch das Service-Center ist der Flughafen ehemals 24 Stunden am Tag geöffnet. Schaut mal vorbei. Was für ein Service-Center? Kenne ich das schon? Weiß ich gar nicht. Egal. Äh, das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Dizzy Mania. Ach man, ich bin richtig in meine Kindheitstage zurückversetzt mit diesem Animal Crossing. Ich habe ja halt Wild World wirklich einfach gesuchtet. Ich habe schon wieder Post bekommen. Ich hätte gestern eigentlich noch richtig viel machen müssen. Ach, die Mama hat mir geschrieben. Ähm, zum Beispiel, dass ich halt Sachen baue und sowas. Man kennt das ja aus Animal Crossing. Da muss man dann immer einen Tag warten oder so, bis das fertig ist. Das hätte ich gestern eigentlich noch machen sollen. Aber ich wollte halt nicht ohne euch aufnehmen. Und es war aber zu spät, um noch was aufzunehmen. Jaja, meine Misere, Leute. Äh, mein lieber Dizzy. Jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Flughafen hier so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Flugverkehr hier so stark ist. Einen guten Schlag wünscht Mama mit einem netten Geschenk. Ach, Mama ist die Beste. Liebe dich, Mama. Küsschen. Okay, wieder ein Geschenk. Was hat denn Mama mir Schönes geschickt? Bestimmt was zu essen. Das war ja so klar. Okay, aber Böhren sind sehr gut. Können wir leider noch nicht einpflanzen, weil wir noch keine Schaufel haben. Aber weiß wahrscheinlich auch jeder, der Animal Crossing irgendwann mal gespielt hat. Die Früchte, die man so auf der Insel hat, die sind halt immer nur 100 Sternis wert, glaube ich, wenn man die bei Tom Nook verkauft. Aber Früchte aus anderen Inseln oder halt Früchte, die jetzt keine Kirchen sind in meinem Fall, die kann man für 500 Sternis verkaufen und die sind dann halt viel mehr wert. Jetzt frage ich mich halt auch, verkauft Tom Nook einfach die Früchte, die man bei ihm hier verkauft? Also wenn man bei denen jetzt Kirchen verkauft in meinem Fall, verkauft er die dann auf anderen Inseln, die ihm ja auch irgendwie gehören, dem Schein der 80 Milliarden Inseln zu gehören? Verkauft er die dann dafür 500 Sternis? Und er lässt mich hier arbeiten, dass ich die für 100 Sternis hole? Dann kriegt er einfach 500 Sternis für den Scheiß. Das kann sein. So, Nadine, bist du zu Hause? Nee, das ist sad. Aber da ist die Nadine. Na, Nadine, wie war dein erster Tag? Echt sauber, dass du mir letztens verbal unter die Arme gegriffen hast. Mein Zelt steht jetzt. Kiki, kiki, kiki. Aber weißt du, Dizzy, mit all den Nasen, die hier rumlaufen, ist die Insel alles andere als einsam. Ach, Gänseblümchen, dich nehme ich da außen vor und bist doch der Coolste. Und jetzt lass uns gehörig rocken. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon eine Weile in den Kopf drüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kam er der Geistesblitz. Das ist eine knallharte Anleitung für den DIY-Plättchenschirm. Ha! Okay, den kenn ich auch schon. Den hab ich beim Jay gesehen. Was sticht einem hier auf der Insel als allererstes Auge? Ganz klar, das Unkraut, das hier so wuchert. Der Anblick alleine war die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Genau, und wir können nämlich bei Tomlok rumbasteln. Ich nehm mal hier ein bisschen Unkraut mit. Dann können wir den nämlich gleich bauen. Ich glaub, dafür brauchte man 10 oder 15 Unkraut. Dann können wir mal gucken, wie hier dieses Crafting-Prinzip quasi läuft. Was ich, ehrlich gesagt, als ich den Trailer gesehen hab, erstmal nicht so geil fand. Weil mich das dann doch zu sehr an Minecraft erinnert hat. Ich hab jetzt nix gegen Minecraft, aber irgendwie, es muss nicht alles Minecraft sein, Leute. Ah, Desi, willkommen, willkommen. So viel ganz kuschelig, oder? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig, ja, ja. Ach so, falls du Sterl nichts brauchst. Er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. Der Schlepp oder Nepp, Nepp wahrscheinlich. Soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefste Business-Methode, aber definitiv großzügig, ja, ja. Ach so, eine Sache noch. Heute ist gratis Einführungstag ins Basteln. Komm hier's doch mal aus. Ausledigt sich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank. Ja, okay. Eine Angel, eine Angel soll ich bauen. Und fünf Äste hab ich, glaub ich, sogar dabei... Hab ich nicht dabei? Ich hab doch genug fünf. Come on. Angel. Auswählen. Und, ah ja, dann steht das da. Wir brauchen fünf Äste herstellen. Ja, die Wackelangel. Die gute alte. Klack, klack, klack. Geil, jetzt bin ich für ein Kliman. Ich hab eine eigene Wackelangel gebaut. Und hier noch ein paar kostenlose Anleitungen für dich. Die wird er bestimmt auf unsere nächste Rechnung draufschreiben. Und dann sind sie gar nicht mehr so kostenlos. Genauso wie sein Logfon. Genau, er hat uns gerade noch das Lagerfeuer gegeben. Und den Wackelkescher. Hm. Ich hab so die Befürchtung, die werden nicht ewig halten, wenn die schon Wackel irgendwas heißen. Gut, was brauchen wir denn für so einen Kescher? Nochmal fünf Äste. Okay. Aber wir haben ja hier auch noch eine Behelfswerkbank. Das erlernen wir einfach mal. Ich glaub, das geht einfach so, oder? Hm. Aha, ich weiß jetzt, wie ich eine Behelfswerkbank herstelle. Yay. Okay, also das sind auch einfach nur Sammelgegenstände. Der Plättchenschirm, den wir eben von Nadine bekommen haben. Den können wir eigentlich nochmal herstellen. Oh, guck mal, der sieht gar nicht so kacke aus. Der sieht so ein bisschen aus wie von den Olimar-Dingern, oder? Ich hab leider das Spiel dazu vergessen. 15 Unkraut brauchen wir dafür. Wie ist denn das? Olimar. Also diese kleinen Pflänzchendinger. Oh Mann, dieser Regen hier. Da rüste ich doch lieber mal meinen Plättchenschirm aus. Sieht gar nicht so doof aus. Aus Unkraut hergestellt. CO2-neutral auf jeden Fall. Gut, bisschen Holz gesammelt. Jetzt kann ich auch nochmal kurz den Wackelkescher holen. Damit kann man nämlich Insekten einfangen. So, was haben wir denn hier sonst eigentlich noch? Was ist denn das hier zum Beispiel? Da kurz noch in sein Buch nachgeguckt, was er jetzt eigentlich zu sagen hat in seinem Skript. Oh, wie konnte ich das vergessen? Das ist ein Nook-Portal. Im Moment bietet hier zwei Funktionen. Das Nook-Shopping. Da können wir wahrscheinlich Sachen bestellen, die wir jemals gesehen haben. Und ein Geldautomat ist auch drin. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal. Bonus-Meilen. Oh cool. Noch eine Sache, die man dann täglich machen kann. 50. Ich glaube sogar, das wird sich mit jedem Tag erhöhen. Haben wir schon in Nook-Shopping irgendwas? Das wird mich wund... Oh doch, tatsächlich. Ein Buch. Ich hab heute gar keine Sternis. Alles, was man schon mal gesehen hat, oder was? Nee, auch... Oh, einen Mundschutz. Den brauche ich. In Corona-Zeiten... Hallo. Ein Hallo-Shirt. In Corona-Zeiten brauche ich auf jeden Fall einen Mundschutz. Okay, unsere erste Aufgabe ist es, 140 Sterne zu verdienen für unsere Gesundheit. Achso, die Kiste da. Ja, ja. Das ist die Krips-Krams-Kiste. Da legen Leute Sachen rein. Zum Beispiel Sachen, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Tja, ja. Kannst ruhig alles mit dem, was da drin ist. Ein Karton ist nicht dein Ernst. Ich kriege einfach einen Karton und einen Ast. Boah, brainfuck. Ich bin ja jetzt richtig reich. Einen Karton wollte ich schon immer haben. Jetzt ohne Witz. So, und du kaufst alles an, oder was? Nepp ist das? Willkommen, willkommen. Ich bin ja so froh, dass du es hierher geschafft hast. Wir laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Schau mal. Spitze. Das hat auch eine Kerze und ein hübsches Ölfass. Die Kerze finde ich gar nicht so hässlich, ehrlich gesagt. Aber es ist zu teuer. Ich habe gar nicht Geld. Ist das jetzt aber immer so? Das fände ich ein bisschen blöd. Ich fand das früher toll, dass man im Laden dann auch umhergehen konnte und sehen konnte, was man da so hat. Und er bezahlt sogar Geld für Unkraut und Abfälle. Aber Unkraut ist kein Abfall. Damit kann man tolle Schirme basteln. Mann, Nepp, du hast ja gar nichts gelernt. Okay, aber das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist hier erstmal blödes Radio weg. Wir müssen erstmal den Karton aufstellen. Das ist ja wohl schon mal klar. Denn ich glaube, auf dem Karton... Tada! Geil. Wie so ein kleiner Nachttisch auf jeden Fall. Auf dem Karton kann man hundertprozentig die Nintendo Switch drauf platzieren. Zack! Umdrehen wir die doch kurz. Um! Ah geil, man kann sogar beides gleichzeitig umdrehen. So, und dann ist das quasi meine Netflix-Ecke. Ja, ich gucke Netflix immer nur im Bett. Auf meinem iPad eigentlich, aber die Switch tut es bestimmt auch. Ja, ja, doch. Sieht aus wie mein Zimmer, auf jeden Fall. Äh, die Anlage fehlt noch. Und mit Anlage meine ich natürlich das Taschenradio. So, mach Musik. Jahrhundertprojekt. Es läuft, Neue Horizonte. Okay, ja, lasst euch an. Neue Horizonte, das ist mein Lieblings-Bett. Wow, wow, yeah. Oh yeah. Da 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 da. Dizzy Mania! Oh, mein Handy. Mein Handy. Mein Handy. Vermöbelt. Die Grundlage eines schönes Zuhauses sind Möbel. Umgib dich mit möglichst viel, das dir im Alltag Freude macht. Unterhalte obendrein einen Meilen-Modus dafür. Geil. Weil ich fünf Möbel habe, oder was? Oder so. Oder weil ich Sachen verschoben habe. Ja, dann können wir eigentlich noch gar nicht so viel gerade machen, oder? Das heißt, wir werden ein bisschen füchen. Oder... Oh, ich höre eine Grille. Kann man? Ja, okay, man kann immer noch im Schnellauswahl-Modus hier seine Sachen holen. Hä? Ah, okay, er geht dann immer zum nächsten. Alles verstanden, alles verstanden. So, ich habe Grille. Grille, wo bist du? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Ich werde dich finden. Und dich fangen. Und du kannst nicht flüchten. Okay, also ich höre eine Grille, aber ich sehe sie leider nicht. Links? Ja, hier ist sie irgendwie, ganz in der Nähe. Jetzt wieder rechts? Bin ich doof? Wieso sehe ich die nicht? Hä? Ich sehe sie nicht, wo denn? Also entweder bin ich blind auf beiden Ohren, oder einfach nur stumm. Ohne Witz. Ich habe mich gerade übelst verarscht. Okay, wir rütteln einfach mal den Baum. Oh ja, sehr schön. Ein paar Bienen. Nein, oh, kacke. Okay, das habe ich wohl ein bisschen verkackt. Aua. Mein armes Auge. Ja, welp. Au, au, au. Oh man, diese ganzen Wespen. Ach, das waren sogar Wespen und keine Bienen. Ja, Wespen sind sowieso behindert. Aber danke für das Wespen-Nest. Jetzt bräuchten wir eigentlich eine Medizin. Tut gut. Na, guck mal, da können sogar häufiger Sachen runterkommen. Mann, nochmal schön. Oh, richtig viele Äste. Gleich kommt der ganze Baum runter. Ich wollte eigentlich die Grille haben, aber ich finde sie halt nicht. Wieder ein bisschen zu dumm dafür. So scheint es mir. Dann angeln wir einfach. Guck, da ist nämlich ein riesiger Fisch, Leute. Uah. Ne. Man muss schon vor den Schatten werfen. Uah. Zack. So, das ist perfekt. Ja. Ja, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Auch wenn das eine... Uah. Wenn das eine Wackelangel ist. Oh, das ist... Das ist ein Dorsch oder sowas. Ja. Eine Karausche. Klar. Weiß ich doch. Ich kenne mich doch mit Fischen aus. Karausch mit dir aus dem Wasser. Ha, 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 ha. Oh, ich liebe das. Immer diese... Diese Wortwitze. Karausch. Noch einer. Ist bestimmt auch ein Karausch. Uah. Oh ne. Das ist ein Aal oder so. Eine Bachschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Ich finde das so toll. Und die heißen vor allem, glaube ich, wirklich so, die ganzen Tiere, ne? Also die sind nicht ausgedacht. Da hinten ist ein Hai oder so. Bitte. Kommen Sie her. Guck. Das schmeckt bestimmt gut. Sie sehen das da hinten doch bestimmt. Oh man. Ich weiß noch, dass es früher solche... Äh. Solche Mond... Fische gab. Ich glaube, das waren Mondfische. Die waren richtig viel wert. Und die waren... Das waren irgendwie die Lieblingsfische, die ich gefangen habe. Aber an den komme ich leider nicht ran. Aber im Meer zu fangen ist, glaube ich, allgemein schlauer, oder? Da ist aber einer. Sehr voreilig. Das sieht mir aus wie ein Kalmar oder so. Ja. Haha. Ich habe aber was richtig gesagt. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Aioli und Limonade. Limone dazu. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Japanwitz. Oder so. Ich verstehe ihn auf jeden Fall nicht. Oh. Das ist auch ein riesiger Fisch. Ja Leute. Wir müssen jetzt ein bisschen fischen. Das tut mir leid. Locker geht meine Angel gleich kaputt bei diesen riesen Fischen hier. Oh. Okay. Okay. Der ist richtig schwer. Oh mein Gott. Ein Glück bin ich ein perfekter Angler. Das ist ein Dorsch. Okay. Ein Barsch. Ich weiß nicht mal, wie ein Dorsch aussieht. Ich sage einfach, jedes Mal ist es ein Dorsch. Irgendwann wird es stimmen. Manchmal bist du wirklich sehr Barsch. Eine gute Seebarsch. Eine Muschel haben wir auch. Oh. Was ist das denn? Leute. Da hat sich ein Krebs versteckt oder so. Ein Fluss-B-Arsch. Bist du leicht bei Einfluss-Barsch? Die sind so schlecht. Weil das müssen sie ja für jede Sprache machen. Ob das in jeder Sprache auch genauso gut funktioniert wie im Deutschen? Ich weiß ja nicht. Taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktandal. Angele 건 nicht schön. Okay. Kein Hasel. Haseleinhüpf. Die sind schon echt schlecht, die Witze. Aber okay. Alter, gilt! Oh, oh. Das finde ich gut. Das kommt gleich auf das Konto. Früher war das so, dass das dann im Inventar war und man das dann erst in seine Bank reintun musste quasi. Aber so ist besser. Da hatte man dann auch immer so Säcke mit 99.000 Sternis voll und das war richtig nervig. Hi, hast du auch eine Angel? Wie hieß du nochmal? Lutz, genau. So, Hantel, es will einfach kein Fisch anbeißen. Ich werde den größten Fisch angeln, den man auf dieser Insel erwischen kann. Affetan. Hoppla. Ich weiß nicht, ob du einen neuen Look ausprobierst, aber dein Gesicht sieht schon extrem aus. Das fällt ihm beim dritten Ansprechen auf. Hast du dich etwa mit jemandem angelegt, der einen schwarzen Gürtel im Stechi zu hat? Hab leider keine Medizin dabei, weil damit meine Sportklamotten nicht mehr so aerodynamisch sind. Oh, aber wie man Medizin herstellt, das kann ich dir zeigen. Alle Zutaten sind hier auf der Insel zu finden. Oh, guck mal, das bringt sogar was, dass ich hier gestochen wurde. Und guck mal, guck mal, Lutz, was ich tolles gefangen habe. Ein Fluss... Flussbearsch. Tock. Toll, oder? Er freut sich nur. Ach man, klatsch doch wenigstens. Du doof, oder? Und Kain werde ich hier gewürdigt für meine tollen Fangkünste. Dann wenigstens von dir, kleiner Nook. Ich habe ein Lebewesen gefangen. Guck. Oh, das ist ja wunderbar. Hier, ein Flussbe... Ne, den Flussbearsch, den möchte ich in meine Wohnung aufstellen. Aber du kannst gerne die Karausche haben. Hm, wenn diese Insel so was wie eine Karausche beherbergt. Wer weiß, was wir dann noch alles finden. Ich habe eine Idee. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick darauf werfen lassen. Klar, mach das mal. Er darf auch gerne hier auf meine Insel einziehen. Ach so, bevor ich das vergesse. Ich habe noch eine neue App. Die möchte ich dir gerne vorstellen. Die Fauna Pedi. Cool. Eine Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Oh, er hat mir eine Anleitung für eine Axt geholt. Mega. Damit können wir nämlich jetzt Holz natürlich bekommen und damit ganz viele neue Sachen herstellen. Hä, gibt mir einfach für jeden Kack, den ich ihnen gebe, auch was. Was kriege ich diesmal? Oh, Blümchen. Nett. Eine Rotjazinte. Rotjazinte. Eine Zwiebel. Okay. Sag doch einfach Zwiebel. Okay, für den Kalmar habe ich eine Anleitung für die Gießkanne bekommen. Auch nicht schlecht. Und er hat mir gesagt, dass ich mit der Zwiebel ganz viele tolle neue Farben machen kann. Das ist also so der Ditto der Blumenwelt, ja? Die Zwiebel. Oh, was denn jetzt? Oh, Moment. Ich bekomme gerade einen Anruf. Ich habe mir, glaube ich, fünf Sachen gegeben oder so. Eugen, genau. Das war die Eule aus dem Museum. Oh, bitte, bitte bauen ein Museum in der Stadt. Bitte, 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 bitte. Du rüstst genau im richtigen Moment an. Ja, ja. Wie es mit meinem Inselprojekt läuft. Alles bestens. Danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Dizzy Badia dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Bewohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Hm, so ist das. Wie viele wir schon haben, mal überlegen. Ich glaube, fünf. Genau, fünf. Was, wirklich? Ja, ja. Das wäre ganz fantastisch. Oh, Verzeihung. Ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns alles weiter später besprechen. Ja, bitte. Biete, bau dein Museum bei mir. Da du dich schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden? Oh, ja. Kriegt er auch einfach nur ein Zelt? Die Fläche sollte einfach so groß sein wie die von deinem Zelt. Wie aufregend. Äh, aber ich möchte den nicht auf meiner Seite haben. Ich bräuchte nochmal so einen Stock, dass wir über das Wasser endlich rüber können. Achtung, festhalten. Holz bekommt man ja am besten von Bäumen. Ich weiß, keine große Erkenntnis, aber aus Felsen kann man nicht nur Steine gewinnen, sondern auch viele andere spezielle Mineralien. Bäume lassen sich schütteln und mit einer Axt kann man auch gleich ganze Stücke aus dem Stamm hauen. Felsen kann man auch mit einer Axt bearbeiten. Das ist sehr interessant. Apropos Axt und so. Äh, ich werde nochmal ganz kurz ein paar Äste sammeln, um dann eine Axt herzustellen. Oh mein Gott, ein Schmetterling! Nein, Schmetti! Nein, komm rüber. Nein, Biete, ich kann da nicht rüber. Komm mal. Ich werde dich vermissen, Schmetti. Du warst mir ein bester Freund auf dieser Insel. Du bist der Einzige, der mich wirklich versteht. Du bist der Einzige. Ja, ja, lass bitte Freunde sein, Biete, komm her! Oh. Ja? Ja, doch? Werden wir doch noch Freunde? Ich tue dir auch nichts. Versprochen. Ha, und du fällst auch noch drauf an. Moment, Moment, Moment. Fällst auch noch drauf rein. Oho, ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Zwischen zwei Zwitsch... 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 Zwitschern zwei Schwalbenschwänze. Das macht gar keinen Sinn. Oh mein Gott, hier ist irgendwas im Boden drin. Bleibt es den ganzen Tag? Oder muss ich das jetzt direkt ausgraben? Ich habe leider noch keine Schaufel. Die Schaufel ist irgendwie das Wichtigste von den Werkzeugen, finde ich zumindest. Aber haben wir leider noch nicht, weil man damit zu einem halt Sachen einpflanzen kann. Und auch Sachen ausbauen kann. Oh nein, schon wieder... Nein, nicht schon wieder Wespen. Ah! Aber diesmal fange ich euch. Gleich die ganzen Schwaben gefangen. Whatever. Eine Wespe. Dich stecke ich glatt in die Wespentasche. Die gute alte Wespentasche. Und was bist du noch? Ich glaube ein Zitronenfalter, wenn mich nicht alles irrt. Ja. Ein Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Witzbold. Irgendwo ist hier schon wieder eine Grille, aber ich sehe sie halt nicht. Wo soll die sein? Eigentlich müsste man sie halt wirklich sehen. Wenn das so ist wie in den alten Teilen. Aber das tue ich nicht. Da oben ist noch ein krasser Schmetterling. Alter! Der ist so riesig. Sieht eher aus wie eine Motte als ein Schmetterling. Aber gut. Statt hier die ganze Zeit die Grille zu suchen, sollte ich vielleicht einfach mal eine Axt bauen. Jetzt hat er ein Energy Drink in der Hand. Ich fasse es nicht. Okay, wir können einen Vogelhaus bauen. Wir können ein Baumstampffahl-Set bauen. Das ist toll. Gießkanne. Medizin. Könnten wir sogar tatsächlich machen. Also wir haben alles dafür. Eine Wackelaxt will ich aber erstmal haben. Dafür braucht man einen Stein und also einen Stein und fünf Äste. Äste. Dann haben wir hier so eine richtig coole Steinzeit-Eiltliche Wackelaxt. Ja. Meine Tasche ist voll. Das war so klar. So, okay. Schlepp. Ne, nepp. Kaufst du Sachen an? Ich hab nämlich ein paar Schwalbenschwänze und Wespennester. Was gibst du mir denn für all den Kram, ha? Hm. Das wird machen... Ja, ja. 2004. Wow. 100 Sternis. Dann sind wir ja reich. Ja, Digga. Nimm, nimm, nimm. Firma dankt. Oh, jetzt haben wir nicht mehr genug für die Medizin. Nein, man braucht Wespennester für die Medizin. Ich hätte das erstmal nachgucken sollen. Dann verschönern wir glaube ich erstmal unser Zeltchen mit einer schönen Zwiebel. Zack. Und wir müssen hier allgemein mal ein bisschen aufräumen. Dieses ganze Unkraut hier vor mein Zelt, das nervt richtig. Alles weg damit. So, viel besser. Den rechten Baum finde ich ganz hübsch. Ich hätte noch gerne links einen Baum, dass wir dann so zwischen zwei Bäumen leben. Aber dieser Baum hier nervt mich ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht Früchte dran waren. Kann aber sehr gut sein. Aber dieser Baum muss weg. Stirb, blöder Kackbaum. Äh. Hallo? Wie oft muss er den denn schlagen mit der Wackelaxt? Yo. Können wir den gar nicht kaputt machen? Nein, unsere Wackelaxt ist zu blöd, um Bäume zu fällen. Aber da ist irgendein goldenes Holz rausgekommen. Ist das besseres Holz? Wir haben Hartholz bekommen und Weichholz ist das einfach nur. Nimm gut. Erstmal ein paar Blümchen pflanzen. Der sollte eigentlich... Nein, die sollen links. Geht wahrscheinlich nicht. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Platz für den Eugen, wo der sein Museum hin haben soll. Aber hier unten haben wir halt so wenig Platz. Ich will den nicht hier... Oh, oh, oh. Ein Geschenk! What? Das ist einfach ein Geschenk, aber ich habe noch keine Zwille. Kann ich... Baum... Falle auf dieses Geschenk rauf und hole es mir runter. Oh nein. Oh Mann, keiner holt mir was runter hier. Nepp! Ne schlepp! Hol mir das Geschenk! Lutz, tu doch was! Ja, oh, ich kann leider noch nichts machen hier. Oh Mann, mein erstes Geschenk und ich kann es nicht fangen. Hier ist auch ein schöner Platz. Wieso habe ich denn hier nicht mein eigenes Zelt hingetan? Okay, aber das sieht ja auch irgendwie gut aus für ein Museum, oder? Der Platz hier? Kommt dieser eine Baum da halt weg. Sollten wir vielleicht nochmal einsammeln, was da drauf ist? Bevor dieser schöne Wuddelbaum gleich in die ewigen Jagdgründe verschwindet. Äh, man kommt rechts nicht dran vorbei. Finde ich vielleicht aber gar nicht so scheiße. Da kann man sich nämlich... Da kann man links vorbeigehen und sich dahinter verstecken. Bei irgendeinem Versteckspiel oder sowas. Ja doch, ich finde das gut. Ja ja, da ist super. Da steht der Ort für Eugens Zelt fest. Zelt. Ganz schön großes Zelt, muss ich sagen. Dieser Platz ist für Eugens Zelt reserviert. Die Nook Inc. Ich glaube, das dauert einen Tag, bis es da ist. Vielleicht sogar zwei, weil das ist ein recht großes... Oh, kommt sogar noch rechts vorbei. Okay, dann ist alles super. Das ist eine recht große Baustelle und es musste nur ein Baum dafür weichen. So, ansonsten haben wir ja hier noch ein schwarzes Brett. Was geht denn hier so ab? Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Auf diesem schwarzen Brett werden wir wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlicht. Oh nein, da steht ja von wem das ist. Na gut, bei drei Mitbewohnern auf der Insel ist das aber auch nicht schwer zu erraten, wer das dann schreibt. Beim Unkel Nadine steht auf Lutz. So, ein paar Gerüchte hier streuen, damit es mal ein bisschen spannender wird hier auf der Insel. Was will das Handy schon wieder? Also so ein Handy würde ich ja nicht auf eine einsame Insel mitnehmen. Da will man ein bisschen entschleunigen und dann nervt trotzdem das Handy andauernd. Soziales Tier, weil wir mit unseren Mitbewohnern gesprochen haben. Toll. Selbst ist der Bewohner. Bastelanleitungen. Gemacht. Toll. Also wenn es so weiter geht, dann habe ich meine erste Miete aber richtig schnell fertig. Wir brauchten dafür nur 5000 Nogmeilen. Verkaufen statt Horten. Und was für ein Brett. Weil wir ein schwarzes Brett geschrieben haben. Klatschtanteninfluencer. Das bin ich. Da sehe ich mich. Ach stimmt, wir haben ja auch neue Sachen bekommen. Wir haben die Faunapädie bekommen. In dieser App findest du Infos über die Insekten und Fische, die du gefangen hast. Natürlich auch interessant. Und die Thronenfalter. Ach so, man sieht sogar, wann die genau da sind. Das gab es früher auch noch nicht. Da musste man immer im Internet nachgucken. Januar, Februar, Juli, August, November und Dezember gibt es die nicht. Und nur von 4 Uhr bis 19 Uhr ist er da. Interessant. Interessant. Aber nicht noch irgendwas, was die ausmacht und so. Kommt vielleicht noch. Wahrscheinlich im Museum dann. Ist sowieso viel cooler, das im Museum anzugucken. Hier steht nur, wann die da sind und wo die leben. Lebensraum, Fluss. Und nähere Informationen gibt es dann wahrscheinlich nur im Museum. Wozu sollte es hier ein Museum geben, nicht wahr? Eine wichtige Sache müssen wir noch kurz machen. Und zwar am Nook-Portal müssen wir natürlich ins Nook-Shopping gehen und uns die Mundschutzmaske holen, Leute. Das ist wichtig. Ansonsten interessiert mich davon glaube ich nur noch dieses KK-Bosser, aber dafür haben wir auch noch nicht genug Geld. Ich glaube, das kommt dann erst morgen an, nicht wahr? Weil wir haben es ja jetzt bestellt und ich glaube, das dauert dann einen Tag und dann kommt das halt per Post an. Ja, Versand-Fan. Müssen wir uns einen Tag gedulden, aber kein Ding. Oh, eine Sache können wir auch noch machen. Also ich meine, wir können jetzt noch nicht so viel machen, weil wir halt noch nicht über dieses blöde Wasser kommen. Das ist voll doof wie doof. Aber wir haben ja jetzt eine Axt und der gute Boy meinte ja, man kann damit auch. Ja, gegen Steine, gegen Hämmern. Wenn man natürlich Profi ist, Lehm, Leute, dann hätte man eine Schaufel und würde dann hinter sich zwei Löcher machen, dass man nicht wegrutscht. Aber können wir ja leider noch nicht, weil in einem blöden Stein am Tag ist halt auch immer Geld drin und da haben wir ihn auch gleich gefunden. Äh, aber jetzt können wir den halt nicht so häufig schlagen, als dass da neunmal Zeug rauskommt. Jetzt ist da nur siebenmal Zeug rausgekommen und mit jedem mal verdoppelt sich halt das Geld. Das heißt, naja, nicht ganz. Aber der erste bringt glaube ich 100, der zweite 200, dann 300, dann 500, dann 1000, dann 2000 und immer so weiter. Und wenn man halt hinter sich zwei Löcher gemacht hätte, dass man nicht wegrutscht, dann hätte man den neunmal schlagen können. Und dann sind da glaube ich 16.000 Sternis drin oder sowas. Also richtig gut. Nein, meine Axt ist kaputt. Das ging aber sehr schnell. Das war der dritte Stein, den ich geschlagen habe. Und schon ist meine Axt kaputt. Holy moly, okay. Weiß nicht, was Nintendo da mit ihren kaputtmachbaren Gegenständen hat. Bei Zelda, bei Animal Crossing jetzt auch. Aber immerhin gibt es dafür wieder neue Nookmeilen. Die sind jetzt auch am rumangeln. Ich würde richtig gerne mal auf die andere Seite und es gibt garantiert auch noch eine, ne, eine City gibt es ja dann nicht. Wie machen die das denn dann? Das fand ich auch ganz geil bei den alten Teilen eigentlich. Dass es halt immer so eine City gab. Wir können mal ganz kurz in Dodos Flughafen gucken. Ja, das steht. Aber kann man hier auch Briefkarten kaufen? Ja, will mir erst mal eine Einweisung geben. Ja, was denn? Hey, von hier kannst du andere Insel besuchen oder Freunde hier einladen und den Postdienst nutzen. Ah, bestimmt kann man auf eine andere Insel und da kann man dann ganz viel Shopping betreiben und sowas und Friseur machen und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das alles nicht auf der eigenen Insel ist, sondern woanders. Okay, den Online-Modus schauen wir uns dann auch wahrscheinlich bei der nächsten Episode an. Ich dachte, man kann hier vielleicht auch noch auf eine andere Insel irgendwie, aber anscheinend nicht. Gut, dann war es das für diese Folge. Ich hoffe, Ihnen das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.